Vielen Dank für die Geister-Kollekt-Bombenheit, die wir grösste hier ist. Merci Roland für die Ausführungen und das unterstützt wir natürlich auch im OK ganz klar, wenn das anweist ist, dass wir an die Konkurrentür mit Geister-Tropfen führen. Die Geister, die sehr trocken sind, hat das gut gemacht. Wir sind hier im ersten Rand, hier in Yachmin, vom Heerstadt Schorch vom Kloster. Im zweiten Rand, hier in Yachmin, vom Heerstadt Schorch vom Kloster. Sie sind Jessy und im dritten Rand Sonja von Winter durch den Erika von Kalgenau. Vielen Dank!